Das ist eine Weise, die wir mit den USA sagen, wir sind ja nicht auch für die Hilfe, sondern wir sind mit den großen Personen, die wir heute gemacht werden. Bei jederzeit über 85.000 Teufel mit einer neuen Stämter, denen alle Erwachsenen und Wünsche auch geblieben werden. Aber so was war nicht? Also mir persönlich möchte es sehr viel Spaß für alle Leute dort zusammen, das ist es gut zu tun. Spaß zu haben, in der Gruppe mit allen Kindern zu sein, Und für mich ist es immer, wenn man den Leuten sieht, dass ich mich froh, dass man auch überlegen kann in diesem Projekt, dass es einfach lohnt sich die ganze Arbeit. Weil ich schon anspende, aber ja, genauso wie die vier Tage, wie die vier Tage durch, kann man natürlich auch mit der Arbeit schauen. Und es ist schon sehr anstrengend, dass man sich für jeden Zweck, dass man sich für eine neue Schöne befindet, weil man sich auf diese Schrecken kommt. Ja, also eigentlich rausgeben. Jetzt wird es ein bisschen zu blöd, aber leider, leider musst du jetzt drin bleiben, sonst kriegen wir den heute nimmer mehr. Witzig ist nämlich, wenn er jetzt draußen ist, es war gestern dasselbe. Ich sitze dann eh fünf Stunden am selben Platz und redet. Ich nehme ein Fressen, hat er alles. Alleine fliegen tut er ja nicht viel, ich sitze nur herum, am selben Platz. Aber es ist halt ganz was anderes, wenn man eingespäht ist und drinnen sitzen muss, oder wenn man draußen sitzen muss. Du Quatsch. Bumm. Und jetzt? Und jetzt? Nein, das schafft er auch noch. Nein, das schafft er auch noch. Nein, den kann ich unmöglich rauslassen und in circa zwei Stunden müssen wir schon zusammenbacken. Na mein Schatz, tut mir leid. So, jetzt habe ich mich doch erweichen lassen und habe hier die Tür aufgemacht Er ist einfach nur rausgegangen und jetzt bleibt er dort sitzen. Schauen wir mal, wie wir ihn dann in 2 Stunden wieder rein kriegen. Ich glaube, das führt jetzt auch, dass da irgendetwas komisches ist. So, als er als Tochter noch drauf auf die Stangen geflogen hat und in einer Stunde muss er wieder rein. So, jetzt ist er endlich drinnen, mittrig 17, ohne Probleme. Aber jetzt ist er mit Schauder. Jetzt kennt er sich nicht aus, jetzt ist ihm das Zwitschern vergangen. Okay mein Schatz. Jetzt ist es soweit. So, für eine Stunde, fein mal. Und dann rein. Okay.